Der Narr liest Die Gruft von H.P. Lovecraft In Verbindung mit den Ereignissen, die zu meiner Gefangenschaft in diesem Refugium für die Geisteskranken führten, ist mir bewusst, dass meine derzeitige Situation natürlich Zweifel an der Glaubwürdigkeit meiner Erzählung aufkommen lassen wird. Es ist eine unglückliche Tatsache, dass ein Großteil der Menschheit in seiner geistigen Sichtweite zu eingeschränkt ist, um mit Geduld und Intelligenz jene vereinzelten Phänomene zu erforschen, die nur von einigen wenigen psychologisch Feinfühligen gesehen und gefühlt werden und die außerhalb der alltäglichen Erfahrungen liegen. Menschen mit höherer Intelligenz wissen, dass zwischen dem Realen und dem Irrealen keine scharfe Grenze verläuft und dass wir nur durch feine, individuelle, körperliche und geistige Sinne alle Dinge um uns herum so erfassen können, wie wir es tun. Doch der nüchterne Materialismus der Bevölkerung verdammt die erhellenden Blitze des Verstehens, die manchmal den gewöhnlichen Schleier durchdringen, der vor der klaren Wahrnehmung hängt, als Wahnsinn. Mein Name ist Jervis Dudley, und ich bin schon als Kind ein Träumer und Visionär gewesen. Reichtum enthob mich der Notwendigkeit einer Erwerbstätigkeit, und weil ich mich für die üblichen Studien und gesellschaftlichen Zerstreuungen meiner Bekannten nicht eigne, habe ich schon immer in Bereichen Gewalt, die nicht so recht zur sichtbaren Welt gehören. Meine gesamte Jugend habe ich mit uralten und wenig bekannten Büchern verbracht und mit dem Durchstreifen der Felder und Wälder in der Umgebung des Familiensitzes. Ich glaube nicht, dass das, was ich in diesen Büchern las oder was ich in diesen Feldern und Wäldern erblickte, dem entsprach, was andere Jungen gewöhnlich lasen oder dort sahen. Aber allzu viel darf ich nicht darüber erzählen, da ein ausführlicher Bericht die grausamen Verleumdungen über meinen Geisteszustand bestätigen würde, die ich manchmal belausche, wenn die durchs Haus schleichenden Pfleger miteinander tuscheln. Es reicht mir, die Geschehnisse zu schildern, ohne Ursachen zu erklären. Ich habe gesagt, dass ich meine Jugend abseits der sichtbaren Welt verbrachte, doch ich habe nicht gesagt, dass ich sie dort allein verbrachte. Das sollte kein menschliches Wesen tun, denn wenn es ihm an der Gesellschaft der Lebenden fehlt, zieht es unausbleiblich die Gesellschaft von Dingen an, die nicht oder nicht mehr lebendig sind. In der Nähe meines Hauses liegt eine einzigartige bewaldete Talsenke, in deren dämmeriger Tiefe ich einen Großteil meiner Zeit zubrachte, lesend, grübelnd, träumend. Auf diesen moosbedeckten Hängen habe ich als kleines Kind meine ersten Schritte getan und, um ihre grotesken, gichtigen Eichenbäume, die ersten fantastischen Einfälle meiner Kindheit gewoben. Die Drujaden, die über diese Bäume wachten, kannte ich sehr gut, und oft habe ich ihre wilden Tänze in den schwankenden Strahlen des abnehmenden Mondes beobachtet, doch über solche Dinge sollte ich jetzt nichts sagen. Ich will nur von dem einsamen Grab im dunkelsten Unterholz der Hänge berichten, dem verwilderten Grab der Heiz, einer alten und ehrwürdigen Familie, deren letzter direkter Nachfahre schon viele Jahrzehnte vor meiner Geburt in seine schwarze Tiefe zur Ruhe gebettet worden war. Diese Gruft besteht aus uraltem Granit, der durch den Nebel und den Regen vieler Generationen verwittert und farblos geworden ist. Das Bauwerk wurde in die Flanke des Hügels gegraben und ist deshalb nur vom Eingang her sichtbar. Die Tür, eine schwere, drohende Steinplatte, hängt in rostigen Angeln und wird auf besonders unheimliche Weise mit schweren Eisenketten und einem Vorhängeschloss einen Spalt breit offen gehalten, wie es einem halben Jahrhundert der grässlichen Mode entsprach. Der Wohnsitz des Geschlechtes, dessen Angehörige hier in Särgen ruhen, hat einst den Abhang gekrönt, in dem die Gruft sich befindet, ist aber schon vor langer Zeit nach einem Blitzschlag den Flammen zum Opfer gefallen. Der Brand hatte einen Mann das Leben gekostet. Die älteren Bewohner der Umgegend sprechen zuweilen leise und ängstlich über den mitternächtlichen Sturm, der dieses finstere Herrenhaus zerstörte, und spielen dabei in einer Art und Weise auf den Zorn Gottes an, die in späteren Jahren meine ohnehin schon große Faszination für die von Wald verfinsterte Grabstätte noch verstärkte. Als der Letzte der Heiz an diesem Ort der Schatten und Stille bestattet wurde, hatte man den Sarg mit seinen traurigen Überresten aus einem fernen Land gesandt, in das die Familie nach dem Brand des Anwesens zurückgekehrt war. Niemand ist mehr übrig, um Blumen vor das Portal aus Granit zu legen, und nur wenige sind mutig genug, sich den bedrückenden Schatten zu nähern, die das verwitterte Gestein sonderbar zu umfangen scheinen. Ich werde nie den Nachmittag vergessen, als ich zum ersten Mal auf das halbverborgene Totenhaus gestoßen bin. Es war im Hochsommer, als die Alchemie der Natur die waldige Landschaft in eine lebendige und geradezu überschäumende grüne Masse verwandelte und einem die Sinne mit den wogenden Meeren feuchten Grüns und den unergründlichen Gerüchen des Bodens und der Vegetation berauschte. In solchen Umgebungen verliert der Geist seinen festen Halt, Zeit und Raum werden bedeutungslos und unwirklich, und der Wiederhall einer vergessenen vorzeitlichen Vergangenheit drängt sich beharrlich in das betörte Bewusstsein. Den ganzen langen Tag hindurch hatte ich die mystischen Heine der Talsenke durchwandert, Gedanken nachgehangen, die ich hier nicht zu beschreiben brauche, und mit Wesen in Verbindung gestand, die ich nicht benennen muss. Als zehnjähriges Kind hatte ich bereits viele Mysterien wahrgenommen, die der Allgemeinheit unbekannt sind und war in gewisser Hinsicht schon merkwürdig reif für mein Alter. Als ich mir einen Weg durch dichtes Dornengesträuch gebahnt hatte und plötzlich vor dem Eingang der Gruft stand, war mir überhaupt nicht bewusst, was ich gerade entdeckt hatte. Die dunklen Blöcke aus Granit, die so sonderbar offen stehende Tür und die Begräbnisreliefs über dem Eingangsbogen erweckten in mir keinerlei Assoziation der Trauer oder des Schreckens. Über Gräber und Grüfte wußte ich viel, stellte mir auch einiges darunter vor, doch wegen meines eigentümlichen Gemüts hatte man mich bislang von Friedhöfen ferngehalten. Das seltsame Steinhaus am bewaldeten Hang weckte nun mein Interesse und ließ mich Vermutungen anstellen, das kalte, feuchte Innere, in das ich vergebens durch die so verlockend offene Tür spähte, enthielt für mich keinen Hinweis auf Tod und Verwesung. Doch in diesem Augenblick der Neugier wurde das irrsinnige, unvernünftige Verlangen geboren, das mich in diese Hölle der Inhaftierung gebracht hat. Angespornt von einer Stimme, die von der abscheulichen Seele des Waldes gekommen sein muss, entschloss ich mich dazu, der schwerfälligen Kette zum Trotz in die lockende Finsternis einzudringen. Im schwindenden Licht des Tages rüttelte ich an den rostigen Hemmnissen, um die steinenden Tür aufstoßen zu können, versuchte, meine kleine Gestalt durch den bereits vorhandenen Spalt zu zwängen, doch keinem dieser Vorhaben war Erfolg beschieden. Anfangs nur neugierig war ich jetzt besessen, und als ich im tiefer werdenden Zwielicht nach Hause kam, hatte ich den hundert Göttern des Hains längst geschworen, dass ich eines Tages einen Weg in die schwarzen, kalten Tiefen finden würde, die mich zu rufen schienen, koste es, was es wolle. Der Arzt mit dem eisengrauen Bart, der mich jeden Morgen in meinem Zimmer aufsucht, sagte einmal zu einem Besucher, dass dieser Entschluß den Anfang meiner tragischen Monomanie bezeichnete, doch ich will die endgültige Entscheidung darüber meinen Lesern überlassen, sobald sie alles gehört haben. Die Monate, die auf meine Entdeckung folgten, brachte ich mit furchtlosen Versuchen zu, das komplizierte Vorhängeschloss der einen spaltbreit offenen Gruft aufzubrechen, sowie mit vorsichtig formulierten Nachfragen über Art und Geschichte dieses Bauwerks. Mit den bekanntlich empfänglichen Ohren eines kleinen Jungen brachte ich einiges in Erfahrung, doch eine mir eigene Heimlichtuerei hielt mich dazu an, niemanden von meinem Wissen oder meinem Entschluß zu erzählen. Vielleicht ist es erwähnenswert, dass ich überhaupt nicht überrascht oder entsetzt war, als ich vom Zweck der Gruft erfuhr. Meine recht originellen Vorstellungen über das Leben und den Tod hat mich dazu gebracht, den kalten Lehmboden auf unbestimmte Weise mit dem atmenden Körper in Zusammenhang zu bringen, und ich spürte, dass die große und düstere Familie aus dem niedergebrannten Herrenhaus irgendwie in dem steinernen Raum, den ich erforschen wollte, repräsentiert wurde. Das Gerede über unheimliche Riten und gottlose Ausschweifungen, die in vergangenen Tagen in der alten Halle stattgefunden haben sollten, verstärkten doch mein Interesse an dem Grab, vor dessen Eingang ich jeden Tag stundenlang saß. Einmal hielt ich eine Kerze in den offenen Spalt, konnte aber nichts erkennen außer einigen feuchten Treppenstufen, die nach unten führten. Der Geruch des Ortes stieß mich ab und verhexte mich zugleich. Ich fühlte, dass ich ihn schon kannte, aus einer Vergangenheit jenseits aller Erinnerungen, sogar jenseits meines Verweilens in dem Körper, den ich heute bewohne. Im Jahr nach meiner Entdeckung des Grabes stieß ich im büchergefüllten Speicher meines Elternhauses auf eine wurmzerfressene Übersetzung von Plutarchs Parallelbiografien. Als ich über das Leben des Tesäus las, beeindruckte mich besonders der Abschnitt über den großen Stein, unter dem der jugendliche Held die Hinweise auf seine Bestimmung finden sollte, sobald er erst alt genug war, um dessen enormes Gewicht anzuheben. Diese Legende zügelte meine brennende Ungeduld, endlich die Gruft zu betreten, gab sie mir doch das Gefühl, dass die Zeit dafür noch nicht reif sei. Später, sagte ich mir, würde ich kräftig und klug genug sein, um die schwer verkettete Tür ganz leicht zu öffnen, aber bis dahin musste ich mich einfach mit dem abfinden, was der Wille des Schicksals zu sein schien. Also saß ich nicht mehr so oft vor dem feuchten Portal und nutzte den Großteil meiner Zeit für andere, wenn auch ebenso sonderbare Unternehmungen. Gelegentlich stand ich des Nachts ganz leise auf und stahl mich ins Freie, um auf den Kirchhöfen und Begräbnisstätten spazieren zu gehen, von denen meine Eltern mich bislang ferngehalten hatten. Was ich dort tat, sollte ich besser nicht sagen, da ich mir mittlerweile der Realität gewisser Dinge nicht mehr sicher bin. Ich weiß allerdings, dass ich an den Tagen nach einem solchen nächtlichen Streifzug die Menschen meiner Umgebung mit der Erkenntnis über Themen verblüffte, die seit vielen Generationen nahezu vergessen waren. So schockierte ich nach einer solchen Nacht die Gemeinde mit einer eigenartigen Ansicht über das Begräbnis des reichen und berühmten Guts Herrn Brewster, eine Persönlichkeit der Lokalgeschichte, der im Jahre 1711 bestattet worden ist und dessen Schiefergrabstein, auf dem ein Totenkopf mit gekreuzten Knochen zu sehen war, allmählich zu Staub zerfiel. In einem Moment kindischer Fantasie schwor ich nur, dass der Bestatter Goodman Simpson dem Verstorbenen vor der Beerdigung die Schuhe mit den Silberschnallen, die Seidenhose und die Kniestrümpfe aus Satin gestohlen habe, sondern auch, dass der Gutsherr selbst nicht völlig leblos gewesen sei und sich am Tag nach der Beerdigung in seinem erdbedeckten Sarg mehrmals umgedreht habe. Doch der Wunsch, das Grab zu betreten, ließ mich nie los. Es gab sogar einen zusätzlichen Anreiz durch die unerwartete genealogische Entdeckung, dass ich mütterlicherseits eine zumindest schwache Verbindung zu als ausgestorben geltenden Familie Heitz aufwies. Als letzter Träger meines Väterchen-Namens war ich auch gleichzeitig der letzte Nachkomme dieser älteren geheimnisvollen Linie. Ich fühlte nun immer stärker, dass das Grab mir gehörte und fieberte dem Tag entgegen, an dem ich endlich durch die steinerne Tür treten und die schleimbedeckten Steinstufen in die Dunkelheit hinabsteigen würde. Ich gewöhnte mir jetzt an, an der leicht geöffneten Pforte andächtig zu lauschen und wählte für diese sonderbare Wache die mitternächtliche Stille, meine liebsten Stunden. Als ich volljährig wurde, hatte ich in dem Dickicht vor der moderbefallenen Fassade im Hang eine kleine Lichtung geschaffen und der Vegetation gestattet, diesen freien Raum wie die Wände und das Dach einer Gartenlaube zu umwachsen. Diese Laube war mein Tempel, das verschlossene Tor mein Schrein, und hier lag ich auf dem moosbedeckten Boden und hing sonderbaren Gedanken und sonderbaren Träumen nach. Die Nacht der ersten Offenbarung war ziemlich schwül, ich muss vor lauter Erschöpfung eingeschlafen sein, denn als ich die Stimmen hörte, fühlte ich mich, als wäre ich gerade erwacht. Ich zögere von ihren Betonungen und Akzenten zu sprechen, über ihre Eigenschaften will ich mich noch äußern, doch ich kann zumindest sagen, dass sie in der Wortwahl der Betonung und der Aussprache beklemmend abweichend klangen. Jede Färbung des neuenglischen Dialekts schien in diesem schattenhaften Zielgespräch vernehmbar zu sein, von den groben Silben der puritanischen Kolonisten bis hin zur klaren Rhetorik, wie sie vor fünfzig Jahren gesprochen wurde, wenngleich mir diese Tatsache erst später bewusst wurde. Damals wurde meine Aufmerksamkeit auf ein anderes Phänomen gelenkt, ein so flüchtiges Phänomen, dass ich keinen Eid schwören möchte, ob es auch wirklich stattfand. Ich glaubte, beim Erwachen kurz wahrzunehmen, wie in dem eingesunkenen Grabmal hastig ein Licht gelöscht wurde. Ich erinnere mich nicht, dass mich das mit Staunen oder Panik erfüllte, aber ich weiß, dass ich mich in jener Nacht stark und dauerhaft verändert habe. Als ich nach Hause kam, ging ich geradewegs zu einer verrotteten Truhe auf dem Speicher, und in dieser fand ich den Schlüssel, mit dem ich am nächsten Tag ohne weiteres das Hindernis aufschloß, gegen das ich so lange erfolglos angestürmt war. Im sanften Glühen des späten Nachmittags betrat ich das Grabgewölbe in dem verlassenen Hang zum ersten Mal. Ein Zauber lag über mir, und mein Herz hüpfte so vor Freude, dass ich es kaum beschreiben kann. Als ich die Tür hinter mir schloß und im Licht meiner einsamen Kerze die feucht getropften Stufen hinabschritt, schien ich den Weg zu kennen. Obgleich die Kerze in dem erstickenden Brodem des Ortes flackerte, fühlte ich mich in der schimmeligen Leichenhausluft merkwürdig zu Hause. Ich sah mich um und betrachtete die vielen Marmorplatten, auf denen Särge oder Überreste von Särgen standen. Manchmal waren sie versiegelt und gut erhalten, andere so gut wie verschwunden. Nur ihre silbernen Griffe und Tafeln lagen noch in mit merkwürdiger Haufen von weißlichem Staub. Auf einer dieser Tafeln las ich den Namen von Sir Goffrey Hyde, der 1640 aus Sussex hergekommen und hier wenige Jahre danach gestorben war. In einer auffälligen Nische befand sich ein recht gut erhaltener Lehrersarg. Darauf stand ein einzelner Name, der mich zugleich zum Lächeln und zum Schaudern bewegte. Ein kurioser Impuls trieb mich dazu, auf den breiten Marmorstein zu klettern, meine Kerze auszulöschen und mich in die leere Kiste zu legen. Im grauen Licht der Morgendämmerung schwankte ich aus dem Grabgewölbe ins Freie und verschloss die Türkette wieder hinter mir. Ich war nun kein junger Mann mehr, obwohl erst 21 Winter meinen fleischlichen Leib hätten frösteln lassen. Einige früh aufgestandene Dorfbewohner, die mir auf meinem Heimweg begegneten, schauten mich eigenartig an. Sie wunderten sich offenbar über die Anzeichen eines derben Gelages bei jemandem, der für seine nüchterne und zurückgezogene Lebensführung bekannt war. Erst nach langem und erfrischendem Schlaf ließ ich mich vor meinen Eltern blicken. Hernach suchte ich das Grab jede Nacht heim. Ich sah, hörte und tat Dinge, an die ich mich niemals erinnern darf. Meine Sprechweise seit jeher für Einflüsse aus der Umwelt anfällig war das Erste, was sich dem Wandel unterwarf, und schon bald fiel den Leuten meine so plötzlich altertümlich klingende Sprache auf. Später prägten eine seltsame Kühnheit und ein Übermut mein Verhalten, bis ich mich unbewusst wie ein Mann von Welt aufführte, was überhaupt nicht zu meiner lebenslangen Zurückgezogenheit passte. Meine bisherige Einsilblichkeit wich dem gewandten Charme eines Chesterfield oder dem gottlosen Zynismus eines Rochester. Ich offenbarte jetzt eine eigentümliche Bildung, die so gar nicht den absonderlichen mönchischen Lehren entsprach, über denen ich in meiner Jugend gebrütet hatte, und ich bedeckte die Vorsatzblätter meiner Bücher mit lockeren, spontanen Sinnsprüchen, die an Gabe Pryor und die lebhaftesten Gelehrten und Verseschmiede aus der Zeit des Augustinus erinnerten. Eines Morgens beim Frühstück löste ich beinahe eine Katastrophe aus, als ich mit imitierter, angesäuselter Stimme eine fröhliche, weinseelige Ballade des 18. Jahrhunderts zum Besten gab, ein Stück georganischer Verspieltheit, die in keinem Buch zu finden ist und ungefähr so lautet. Kommt her, meine Freunde, den Krug voll mit Bier und trinkt auf das jetzt, solange wir noch hier. Häuft auf dem Teller den Braten zum Genuss, denn Speis und Trank vertreiben jeden Verdruss. So füllt euch das Glas, denn das Leben ist Spaß. Wenn ihr tot seid, bleibt auf ewig geschlossen das Fass. Anna Creons Nase war rot, so heißt es manchmal, doch wenn man feiert, ist das völlig egal. Gott verdammt mich, ich bin lieber hier und rot, als weiß wie ne Lilie und seit Tagen schon tot. Ach, Betty, mein Schatz, gib mir nen Schmatz, in der Hölle ist für Würztöchter wie dich doch kein Platz. Der junge Harry sitzt da, steif wie ein Backfisch, mitsamt Perücke fällt er wohl bald unter den Tisch, doch füllt die Pokale, reicht sie nur weiter. Lieber unterm Tisch als im Grabe voll Eiter, also zecht und furzt, stillt euren Durst, sechs Fuß in der Erde ist es euch sowieso Wurst. Hol mich, der Teufel, ich kann gar nicht mehr gehen, ja, verdammt, kaum noch reden und stehen. Hört, Wirt, hey Betty, ich schlaf hier bei euch beiden, bei meiner Frau darf ich heut gewiss nicht bleiben, so reicht mir die Hand, und gebt mir nen Stand, doch bin ich fröhlich, solange ich weile in diesem Land. Etwa in dieser Zeit entwickelte ich meine derzeitige panische Angst vor Feuer und Gewitter. Solche Dinge waren mir zuvor völlig gleichgültig, doch nun hegte ich ein unbeschreibliches Grauen davor und verkroch mich in die hintersten Winkel des Hauses, sobald der Himmel mit einer elektrischen Entladung drohte. Ein beliebter Zufluchtsort während des Tages wurde der verfallene Keller des niedergebrannten Herrenhauses, und in meiner Fantasie malte ich mir aus, wie das Bauwerk wohl zu seinen Glanzzeiten ausgesehen hatte. Einmal verwirrte ich einen Dorfbewohner, indem ich ihn voller Gewissheit zu einem niedrigen Zwischenkeller führte, von dem ich wusste, obwohl er seit vielen Generationen verborgen und vergessen war. Schließlich geschah, was ich schon lange befürchtet hatte. Meine Eltern, bestürzt über das veränderte Benehmen und das Auftreten ihres einzigen Sohnes, unterzogen alle meine Streifzüge einer fürsorglichen Beobachtung, die in eine Katastrophe zu münden drohte. Ich hatte mit niemandem über meine Besuche im Grab gesprochen und seit der Kindheit mein geheimes Ziel mit religiösem Eifer bewacht, doch nun sah ich mich dazu gezwungen, sorgfältig auf meinen Weg durch den Irrgarten der bewaldeten Talsenke zu achten, um mögliche Verfolger abzuschütteln. Den Schlüssel zum Grabgewölbe trug ich an einem Band um meinen Hals, und nur ich wusste davon. Ich nahm niemals etwas von den Dingen, auf die ich in den Mauern des Grabes stieß, mit heraus. Eines Morgens, als ich aus dem feuchten Grab heraustrat und die Kette des Portals mit nicht allzu sicherem Griff verschloss, bemerkte ich in einem nahegelegenen Dickicht das gefürchtete Gesicht eines Beobachters. Nun war sicher das Ende nahe. Meine Laube war entdeckt und das Ziel meiner nächtlichen Wanderungen enthüllt. Der Mann sprach mich nicht an, also hastete ich nach Hause, um belauschen zu können, was er meinem besorgten Vater wohl berichtete. Wird meine Streifzüge jenseits der verketteten Tür nun der ganzen Welt bekannt werden? Kann man sich mein freudiges Erstaunen vorstellen, als ich hörte, wie der Spion meinen Vater flüsternd darüber informierte, ich hätte die Nacht in der Laube vor dem Grab verbracht? Meine schlaftrunkten Augen auf den Spalt gerichtet, wo das verriegelte Portal offen stand? Durch welches Wunder war der Speer derart getäuscht worden? Nun war ich davon überzeugt, dass mich eine übernatürliche Macht beschützte. Erkühnt durch diesen vom Himmel geschickten Umstand ging ich wieder ganz offen zum Grabgewölbe, denn ich vertraute darauf, dass niemand mein Eindringen beobachten konnte. Eine Woche lang kostete ich ungeniert von den Wonnen der Leichenfledderei, die ich nicht beschreiben muss, als die Sache geschah und man mich in dieses verfluchte Heim des Kummers und der Eintönigkeit schaffte. Ich hätte mich in jener Nacht nicht hinauswagen sollen, denn in den Wolken brodelte der Donner und aus dem fauligen Sumpf auf dem Grund der Senke stieg ein höllisches Phosphorizieren. Auch der Ruf der Toten war anders. Statt des Grabes im Hügel rief mich der verkohlte Keller auf der Spitze des Abhangs, winkte mir der Dämon, der dort hauste, mit unsichtbaren Fingern. Als ich aus dem dort befindlichen Hain auf die freie Fläche vor der Ruine trat, sah ich im nebligen Mondschein etwas, das ich unterschwellig schon immer erwartet hatte. Das bereits vor einem Jahrhundert abgebrannte Herrenhaus bot sich dem entzückten Blick wieder in stattlicher Höhe dar. Jedes Fenster prachtvoller Held von zahllosen Kerzen. Über die lange Einfahrt rollten die Kutschen des Bostoner Großbürgerturms heran, und aus den benachbarten Anwesen kamen zu Fuß große Gruppen von Edelleuten mit gepuderten Perücken. Ich gesellte mich zu dieser Schar, obgleich ich wußte, dass ich eher zu den Gastgebern als zu den Gästen gehörte. Im Innern brandeten Musik und Gelächter durch den Saal, und in jeder Hand schimmerte ein Weinpokal. Mehrere der Gesichter erkannte ich wieder, doch ich kannte sie besser in ihrem welken, von Tod und Zerfall zerfressenen Zustand. Inmitten einer wilden und ungezügelten Menge war ich der wildeste und hemmungsloseste, die gräßlichen Blasphemien strömten mir förmlich über die Lippen, und bei meinen schockierenden Ausbrüchen würdigte ich weder ein Gesetz Gottes noch der Natur. Mit einem Mal krachte ein Donnern, das selbst das Lärmen unseres schweinischen Aufruhrs übertönte, durch das Dach und brachte die ausgelassene Gesellschaft zu ängstlichem Schweigen. Rote Flammen, Zungen und brennende Hitzeböen verschlangen das Haus. Die Säufer flohen schreiend in die Nacht, schreckensbleich über das Heranziehen einer Verheerung, die jede Grenze der ungezügelten Natur zu überschreiten schien. Als Einziger blieb ich zurück von einer kriechenden Furcht, wie ich sie nie zuvor erlebt hatte, an meinen Stuhl gefesselt. Und dann ergriff ein zweites Grauen von meiner Seelebesitz. Falls ich bei lebendigem Leibe verbrannte und der Wind meiner Asche in alle vier Himmelsrichtungen verwehte, würde ich niemals in der Gruft der Heiz beigesetzt. Stand mein Sarg denn nicht schon für mich bereit? Hatte ich denn nicht das Recht, in aller Ewigkeit unter den Nachfahren von Sir Joffrey Heiz zu ruhen? Doch! Ich würde mein Totenerbe einfordern. Selbst wenn meine Seele dafür durch die Jahrhunderte streifen musste, auf der Suche nach einer neuen körperlichen Hülle, um meinen Platz dort in der leeren Nische des Grabgewölbes einzunehmen. Jervis Hyde wird niemals das traurige Los des Palinurus teilen. Als das Trugbild des brennenden Hauses verblasste, fand ich mich schreiend und wie toll um mich schlagend in den Armen zweier Männer wieder. Einer davon war der Spitzel, der mir zum Grab gefolgt war. Es regnete in Strömen, und über dem Horizont im Süden zuckten die Blitze des Gewitters, das ich erst kurz zuvor über uns entladen hatte. Während ich schrie, man solle mich gefälligst in mein Grab legen, stand mein Vater daneben und das Gesicht von Sorge zerfurcht, und er mahnte mehrmals meine Häscher, mich so sanft wie möglich zu behandeln. Ein geschwärztes Loch auf dem Boden der Kellerruine verriet einen heftigen Blitzeinschlag, und dort erspähte eine Gruppe neugieriger Dörfler mit Laternen eine kleine, altmodische Kiste, die der Blitz ans Licht befördert hatte. Ich gab meine vergeblich nur nutzlosen Befrauungsversuche jetzt auf und sah den Männern zu, wie sie ihren Schatz untersuchten. Ich durfte ebenfalls ihre Entdeckung begutachten. Die Kiste, deren Schloss durch den Blitz, der sie ans Licht gebracht hatte, zerschmettert worden war, enthielt viele Dokumente und wertvolle Gegenstände, aber ich hatte nur Augen für ein einziges Objekt. Es war die Porzellanminiatur eines jungen Mannes, mit elegant gelockter Zopfperücke, versehen mit den Initialen J. H. Das Gesicht sah mir so ähnlich, dass ich ebenso gut in einen Spiegel hätte schauen können. Am nächsten Tag brachte man mich in diesen Raum, mit den vergitterten Fenstern, doch ich wurde durch einen alten, treuherzigen Dienstboten, den ich während meiner Kindheit sehr mochte und der, wie ich, den Friedhof liebt, über gewisse Dinge informiert. Das, was ich von meinen Erlebnissen im Grabgewölbe zu erzählen gewagt habe, hat mir nur mitleidiges Lächeln eingebracht. Mein Vater, der mich regelmäßig besucht, behauptet, ich hätte das verkettete Portal zur Gruft niemals passiert. Er schwört, nachdem er es untersucht hat, dass das verrostete Vorhängeschloss seit fünfzig Jahren nicht angerührt worden war. Er sagt sogar, dass das gesamte Dorf von meinen Ausflügen zum Grab wusste und dass man mich oft gesehen hatte, wie ich in der Laube vor der schauerlichen Fassade schlief, die halboffenen Augen auf den Spalt gerichtet, der ins Innere führt. Gegen diese Behauptung kann ich keinerlei Beweise erbringen, denn ich habe meinen Schlüssel in den Kämpfen jener grauenhaften Nacht verloren. Besonderbaren Dinge aus der Vergangenheit, von denen ich während meiner nächtlichen Treffen mit den Toten erfahren habe, tut er ab als Fantasien meiner lebenslangen, emsigen Lektüre der uralten Bücher in der Familienbibliothek. Gäbe es meinen alten Diener Hiram nicht, wäre ich zu diesem Zeitpunkt wohl selbst von meinen Wahnvorstellungen überzeugt gewesen. Doch Hiram, treu bis ins Letzte, hat den Glauben an mich nicht verloren und etwas getan, das mich dazu zwingt, wenigstens einen Teil meiner Geschichte publik zu machen. Vor einer Woche hat er die Kette vor dem Portal der Gruft gesprengt und ist mit einer Laterne in die dämmerigen Tiefen hinabgestiegen. Auf einem Sockel, in einer Nische, fand er einen alten, aber leeren Sarg, auf dessen angelaufener Tafel nur ein einziges Wort steht. Jervis. Man hat mir versprochen, dass ich dereinst in diesem Sarg und in dieser Gruft bestattet werde. Ich bin der Ruhige, 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 Untertitelung des ZDF, 2020